Ich habe immer gedacht, dass ich ein Flugzeuger geworden bin. Dann kam diese Möglichkeit mit Level und jetzt bin ich hier. Mein Wissen, mein Wissen sozusagen weiterzugeben, das freut mich einfach ganz besonders. Wir fliegen heute nach Lanarka. Wir haben eine Zeitverschiebung von einer Stunde. Das Training war sehr intensiv, sehr interessant, aber etwas völlig Neues für mich, weil ich vorher keine Erfahrung fliegen habe. Für mich war von vornherein irgendwie klar, dass das mein Berufswunsch ist und das Ziel ist.